Hallo und willkommen zu WS Tabletop und heute haben wir einen Battle Report, der angelehnt ist an einen Film und ich erkläre euch gleich, um was es geht. Genau, Deutsche vs. Rogue US, German Grenadiers vs. Amerikaner, die hinter feindlichen Linien nach einem Goldschatz suchen. Ähm, die Idee war, also hier sind gleich die Bilder vom Battle Report, aber die Idee war sozusagen, wir treffen uns zu einem Spiel und es sind ein paar neue Spieler zum Hobby dazugekommen und die bauen gerade ihre Armeen aus, das heißt, Mario baut noch seine German Grenadiers und ist ungefähr bei 1000 Punkten und jetzt dann mittlerweile mehr. Ähm, ein guter Kumpel Berkan spielt seine Briten, hat frisch angefangen und deswegen, ähm, hat er auch so, sag ich mal, erstmal 1000 Punkte und erstmal viel Infanterie bemalt und ich hab meine Amis angefangen und wie ihr sehen könnt, hier ist noch die ein oder andere britische Figur dabei, um einfach die Lücken zu füllen, aber ich hab auch noch nicht alles angemalt. Jetzt mittlerweile ist der, äh, Brad Pitt Sherman bemalt, aber zu diesem Zeitpunkt war eben alles noch im Aufbau und wir haben gesagt, hey, wir machen 1000 Punkte, wir wissen ganz genau, Bold Action 3. Edition kommt, das heißt, wir spielen schon nach 3. Edition Regeln, was wir haben, ähm, aber an diesem Punkt war das Regelbuch noch nicht in unseren Händen, jetzt liegt es gleich hier neben mir, das heißt, wir werden das auch bald reviewen, ähm, und wir hatten eigentlich vor, also, es gab ein Spiel davor, das haben sozusagen Marion und Berkan gemacht, 750 Punkte, damit Berkan gut in das Spiel reinkommt und es war Infantry only und dann wollten wir uns zu dritt treffen und, ähm, die Frage war, wie kriegen wir das Narrativ hin, geht es überhaupt zu dritt, Bold Action zu spielen, ähm, und ich hatte dann so eine Idee, ich hatte einmal gesehen von The Critical Drinker, der hat einmal reviewt, ähm, so einen Film Kelly's Heroes und Where Eagles Stare to Fly, ähm, und ich bin ein großer Fan von Spaghetti Western und all diesen Sachen und natürlich auch, ähm, Filmen aus dem Zweiten Weltkrieg und da gibt es sozusagen Kelly's Heroes und das sind US-Truppen und, ähm, die versuchen natürlich, den Krieg zu gewinnen, aber die sind jetzt nicht so mega heroisch, denn, also, die riskieren natürlich ihren Nacken, ähm, aber hinter den feindlichen Linien gibt es sozusagen Gold und die rechnen aus, wie viel Gold es ist und jeder von diesen, ah, okay, die gibt es hier schon, ähm, und jeder von denen könnte sich sozusagen zur Ruhe setzen, ähm, und dann beschließen die kurzerhand mal einfach hinter feindlichen Linien, also durchzustoßen mit dem, was sie haben, da schließen sich mehrere Truppen zusammen und sozusagen gegen die deutschen Truppen, ähm, und ich glaube, also es ist ungefähr am Kriegsende und das Witzige ist, dass sozusagen dort, es ist so ein bisschen wie so ein Western im Zweiten Weltkrieg, ähm, und das macht es sehr, sehr cool und dann hatte ich sozusagen beschlossen, okay, lasst uns zu dritt treffen, wir bringen nur Infanterie und wir spielen zu dritt, ähm, und sozusagen, ich spiele dann die Amerikaner, die Briten spielen die Rolle, dass die sozusagen die, diesen Trupp ausgerissener, ähm, Amerikaner wieder zurückbringen, also die verstoßen ja sozusagen dann gegen das Gesetz und die Deutschen, die versuchen natürlich dann auch, ähm, einfach ihr Gold zu wahren, ähm, oder sich eventuell auch mit dem Gold abzusetzen, das heißt, wir haben hier so eine Situation wie in The Good, The Bad and The Ugly, in einem kleinen französischen Dörfchen, wo Gold gebunkert wird, ähm, sind drei abtrünnige Kriegsfraktionen, beziehungsweise Berkan spielt ja Tchinditz und, ähm, Gürkas und da hätte man sagen können, ähm, also alle drei Fraktionen, ähm, gehen hier ein bisschen rogue, also verstoßen gegen das Gesetz, allerdings wurde dann Berkan krank, hat nicht gespielt und dann haben uns Mario und ich getroffen und ich stelle euch jetzt das Spiel vor und es wird richtig heiß, ähm, ich sag euch auch gleich warum, also wir treffen uns in diesem kleinen idyllischen französischen Dörfchen, ähm, Mario hat wunderschöne Häuser gekauft, ich weiß nicht, wo er die her hat, aber die kann man auseinander machen, die kann man zusammen basteln, man kann die Türen aufmachen, man kann die einzelnen Gebäudeteile hier wegmachen und das sehen wir uns dann gleich an und in diesem kleinen französischen Dörfchen, ähm, werden wir uns dann gleich bekriegen, beziehungsweise jeder von uns geht's eigentlich nur um das Gold, ähm, über die Hecken, glaube ich, haben wir gesagt, muss man nicht unbedingt drüber advancen, da können Infanterie einfach drüber springen, aber es gibt auf jeden Fall Softcover, die Mauern geben Hardcover und so weiter und so fort, ähm, ja, wirklich wunderschönes Terrain, überall wo die Kisten sind, genau, also wir haben sozusagen hier hinten steht eine Kiste, hier vorne diese Tonne, ähm, hier, hier und dort hinten, das heißt ungefähr zwei auf seiner Seite und zwei auf meiner Seite mehr oder weniger, gibt es Missionsmarken, für die gibt es einen Punkt, wenn man die am Ende des Spiels hält und in den Häusern ist sozusagen Gold versteckt, ähm, wir haben überlegt, ob wir nicht wissen, wo das Gold ist oder wo wir danach suchen sollen, aber in diesem Fall haben wir nur drei Häuser, eins, zwei und drei, das heißt, dort ist auf jeden Fall Gold versteckt, aber in späteren Szenarien wäre es cool, wenn man einfach die Häuser durchforschen muss oder wenn man irgendwie einen Plan braucht, einen Clou, wo denn das Gold ist, das heißt, wir basteln auch unsere eigenen Szenarien, ähm, und ja, also wirklich wunderschön. Dann kommen wir zu meiner Force, die ich mitgebracht habe, ich habe tausend Punkte Amerikaner, wie gesagt, ich baue das erst auf und deswegen, ähm, weiß ich noch nicht genau, was gut ist, wir haben noch nicht alle Punkte, wir haben hier noch Punkte von der zweiten Edition und, wie gesagt, das Regelbuch ist noch nicht draußen und ich bringe aber Folgendes mit, auch einfach, um es auszuprobieren, ähm, ich bringe den Sherman mit, ich bringe den Sherman als Veteran mit seinen Gyro Stabilizers, sodass er sich sozusagen bewegen kann und auf die Vier trifft, im Gegensatz zu den anderen, die auf die Fünf dann treffen würden, ich dachte, okay, das wird dann cool, ähm, ich bringe ein Jeep mit, der Racky hat, glaube ich, für ganz, ganz günstig inexperation, das ist eigentlich mein SIS-Jeep, ähm, noch nicht ganz bemalt, aber jetzt habe ich ihn mittlerweile bemalt, ähm, und packe da mein Bazooka-Team, wo ist das Bazooka-Team? Das Parry-Miniatures, wenn ihr sehen wollt, ähm, das hier sind Parry-Miniatures, hier oben noch das Video, dann könnt ihr sehen, wie ich meine Parry-Miniatures gebaut habe, ich habe aber auch welche von Warlord, dafür gibt es dann auch noch eine Review demnächst, aber sehr zufrieden mit meinen Parry-Miniatures-Armys, aber die, ähm, Bazooka-Teams gehen rein in den Jeep, das heißt, der Jeep wird kommen vom Feld, wird rennen, 24 Zoll, ähm, und sich hinter irgendeinem Haus verstecken und dann im nächsten Turn werde ich die Jungs hier aussteigen lassen und leider tun die Amis ja nicht mehr, also, die hatten ja Move and Fire in der zweiten Edition jetzt nicht mehr, das heißt, die müssen aussteigen und dann schießen, das heißt, sie treffen nur noch auf die Fünf. Ähm, ich habe hier einen inexperienced, äh, Rifle-Platoon-Leader dabei mit, äh, sechs Mann Veteranen mit SMGs, ich glaube, alles sind US Marines, soweit ich weiß, ich weiß jetzt nicht, was das hier sind, Paratroopers, die sind stubborn, aber auch meine US Marines sind alle stubborn, heißt, wenn die, die Hälfte des Teams verlieren, in einem Zug oder in einer, ja, also in dem einen Turn, dann muss man normalerweise auf die Moral testen und wenn die Moral zusammenbricht mit Pins, dann fliehen die restlichen auch, aber Fallschirmjäger oder US Marines haben stubborn, die sind sozusagen hartnäckig, die, äh, würfeln auf ihren ganz normalen Moralwert und dann bleiben die meistens auch da, am besten sind die noch Veteranen, ja, ähm, ich habe hier auf jeden Fall den Sechs-Mann-Team mit den MPs, ich habe hier ein Sieben-Mann-Team mit zwei BARs, also 30 Zoll Reichweite, zwei Schuss, gefällt mir sehr gut, das ist hier mein wunderschöner Officer, ähm, das gleiche Team nochmal hier, BARs, ähm, und ich glaube, ich habe das dreimal dabei, mehr oder weniger, also immer Doppel-BAR, ähm, und der Rest alles Gewehre, also auch für meinen, äh, NCO, dann habe ich hier ein Heavy-Weapons-Platoon dabei, das sind zwei, äh, MMGs, einfach, weil ich MMGs mag und ich die cool finde, jetzt weiß ich nicht, wie hart kompetitiv die sind, aber spätestens seit der dritten Edition sind sie einfach gut, hier der Platoon-Leader, ähm, und dann habe ich noch ein Medium-Mortar dabei, wie ihr sehen könnt, die Briten helfen hier noch ein bisschen aus und ich probiere sozusagen den Medium-Mortar mal auf eine 40mm-Base zu stellen, aber meistens mag ich es, wenn die auf dieser 60mm-Base sind, ich habe dabei einen leichten Mörser für 30 Punkte, ich möchte sehen, was der macht und ich finde den, glaube ich, ganz cool, ich habe einen Sniper dabei, alles ist regulär, bis auf den Sherman und die Jungs hier hinten, genau, wie gesagt, ich komme erst rein ins Spiel, deswegen, ähm, weiß ich noch nicht genau, wie ich meine Amis sozusagen equippe oder wie es am besten ist, mit denen umzugehen. Hier noch die Minis, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, hier noch durchzugehen durch die Würfel, ähm, ich glaube, wie viele Order-Dice habe ich dabei, ich glaube, das sind elf Order-Dice, genau, aber hier könnt ihr auf jeden Fall sehen, ähm, recht zufrieden mit dem ganzen Ding und wir legen gleich mit der anderen Armee noch los, ja, schön auf jeden Fall, die Paraminis kann man machen und hier sind jetzt die deutschen Truppen, die sich das Gold, äh, schnappen oder verteidigen wollen, ähm, angeführt von, weiß ich nicht, wer das ist, aber auf jeden Fall schön bemalt von Mario, er bringt eine Stu 42 mit, also ein Haubitzen-Panzer, ähm, der kann brutal sein, wenn der Infanterie trifft, den ich down gehen kann, dann hat er ein Puma dabei als, äh, Anti-Tank, das Ding hier hat Racky, ähm, kann sich sozusagen aus dem Gefecht verpissen, wenn's sein muss und ist richtig gut, dann hat er dabei ein Sniper, auch wunderschön bemalt, ähm, Heavy Mortar, glaube ich, hat er dabei, ja, also mit Spotter, ähm, und hier so der vierte Mann und hier, äh, MMG-Team, also wirklich grandios bemalt, ähm, und ich weiß das nicht, ich glaub, einer ist, glaub ich, der Offizier und ein Helfer für dieses Team und die anderen weiß ich nicht genau, wahrscheinlich sind die, die Offiziere für diese Grenadiere, ich glaub, alle sind regulär, ich glaub, das ist ein Achtmann-Team mit einem LMG dabei und sonst nur Gewehren, ich glaub, auch hier ein LMG oder ansonsten alles Gewehre und dann haben wir einen Trupp, äh, mit, ähm, ja, gute Idee, hier einen Helm hinzumachen, stimmt, ähm, alles Assault Rifles und ich glaub, die sind Veteranen, falschem Jäger vielleicht sogar, sehen auf jeden Fall gut aus und hier haben wir das Gold versteckt, der Mario hat da 3D-Prints gehabt und wunderschön mit einem Valero-Gold, das so ange- bürstet, ähm, und er forward-deployt die direkt hier in der Mitte von der Map und ich sag ihm halt bei Mario, wenn du die da hin tust, also, A, die Sniper können sozusagen das Gold nicht aufheben oder keine Forward-Deploy-Leute können das Gold aufheben, aber er weiß dann schon, dass es in diesem Haus ist, wobei wir ja auch nur 3 Häuser haben, ähm, und dann sagt er, okay, weil hier ist direkt die Mitte des Boards, das heißt, wenn ich hier reinrennen, könnte ich ihn hier mit irgendeinem Nahkampfteam direkt schon überrennen, er wird die Sniper auf jeden Fall umstellen, er advanced rein mit seinem Heavy Mortar und richtet den aus, wenn ihr sagen könnt, was auf Englisch ausrichten heißt, könntet ihr mir Bescheid sagen, ähm, auf jeden Fall, das ist der Heavy Mortar, hier ist noch der vierte Mann und hier der Spotter, ähm, er rennt rein mit seinen Grenadieren, am Anfang, sag ich mal, hat er jetzt nicht das große Glück, er zieht alle Würfel, ähm, aber er packt oder parkt alles, äh, sozusagen, hier kann man nicht wirklich auf die Jungs sehen, macht er gut, er rennt seine Offiziere, also richtig Pech, er zieht ganz, ganz viele Würfel am Anfang, ähm, aber macht das Beste draus, rennt einfach aufs Board und auf die Ziele, ich advance rein und schieße mit diesem Team, also hier ist mein Flammenwerfer-Dude, aber der hat auch ein Gewehr dabei, ähm, ich glaube, ich komme mit meinen zwei BARs oder BARs, komme ich an den Sniper, der jetzt in der Mitte steht, da sieht er auch das Gold und tu ein Pin auf den machen, also mit vier Schuss auf 30 Zoll, auf die fünf treffe ich wahrscheinlich einmal und mache ich einen Pin und ich weiß jetzt nicht, was den Jungs drei Pins macht, ähm, aber ich glaube nicht, dass dieses Ding hier geschossen hat, weil mit dem muss ich ja reinkommen mit dem MMG und es ausrichten, deswegen muss man gucken, aber hier renne ich rein dann, ähm, auf der linken Flanke ist es sozusagen mit meinem Sechs-Mann-Veteranenteam mit, äh, Tommy Guns und hier oben steht dann mein Sniper, er kommt rein mit seinem MMG-Team auf seiner Spielfeldhälfte und richtet den aus und wir sehen könnt, so hier hinten ist jetzt, das ist die linke Flanke, die rechte Flanke und die Mitte, ähm, und was passiert, er kommt rein mit der Stu, ich weiß jetzt nicht genau, auf was er schießt oder wen er sieht, ähm, ich glaube, er schießt auf meine Jungs da hinten, auf die Sniper geschossen haben, ähm, aber er trifft, glaube ich, nicht und mit dem MMG, äh, mit drei Schuss, glaube ich, schießt er auf die Jungs und die gehen down oder vielleicht schießt er mit der Hobbitze, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall ein Pin für die Jungs, äh, wie ihr seht, ähm, praktisch das Gebäude hier ist ein Haus, ich sehe, dass hier seine Stu reingekommen ist, also die ist praktisch ungefähr mit der linke Flanke und ich renne rein mit meinem, ähm, SIS-Cheap, der hier noch nicht bemalt war, ähm, und renne den 24 Zoll direkt hinters Gebäude und so, dass man den eben nicht hier sehen kann, nicht hier sehen kann und dann werde ich hier irgendwo aussteigen mit meinem Bazooka-Team und, ähm, hoffentlich die Stu abschießen. Mein Sherman kommt rein und der ist natürlich Veteran, ähm, der kann sich reinbewegen und trifft auf die 4+, weil er Gyro Stable Assets hat, ich schieße auf die Stu, ähm, und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ja, man, ich deute hier an, dass ich auf den schieße, ich glaube, ich schieße mit dem MMG auf den Spotter und verpasse in einem Pin, ähm, ich glaube, ich treffe dich, Stu, aber ich habe es dann nicht weiter dokumentiert, aber hier seht ihr meine Spielfeldhälfte, ich renne hier rein mit dem leichten Mörser, mit dem MMG, mit meinen Jungs, ähm, mein Medium-Mörser steht hier, Offiziere, nochmal mehrere Teams, ähm, aber ungefähr hier ist so die Mitte vom Board, das heißt, ich bin eigentlich gut verteilt, manchmal sollte man sich auch auf eine Bordhälfte ein bisschen konzentrieren, dass man die Flanke zum Einbrechen bringen kann, aber ja, manchmal ist es, wie es ist, und so steht der Gegner da, und ich glaube, ich habe auf die Stu auf jeden Fall, äh, Pins gemacht, ähm, mit dem, mit dem Sherman, ich bin mir nicht ganz sicher, was er gemacht hat, hier kommen noch Leute rein, und ich bin, da hält ihn auf die 5, wie kann das sein? Ja, genau, ich habe mit einem Mörser, glaube ich, auf die geschossen, und nächste Runde treffe ich dann auf die 5, soweit hier ein verwackeltes Bild, wunderschön, ähm, ich glaube, sind wir schon in Turn 2, ich bin mir noch nicht sicher, auf jeden Fall schießt der Sherman nochmal, wir werden gleich sehen, aber ich glaube, jetzt kommen wir erst zu Turn 2, deswegen weiß ich noch nicht genau, aber es kann sein, Turn 2 hat angefangen, und ich ziehe den, ich bin mir nicht sicher, aber, um nochmal zu dokumentieren, ich glaube, der Sherman hat den hier getroffen, und ich glaube, dass sich dem so einen Schaden gemacht hat, dass er nur noch ein Pivot machen kann, und er hat jetzt sozusagen zwei Pins auf sich, ähm, sein Puma rennt hinter das Gebäude, und, ja, ich glaube, das war es dann für Turn 1, Turn 2 fängt an, und die Stu bekommt den Würfel, ich glaube, hat keine Probleme irgendwie zu schießen, ähm, aber macht sich, glaube ich, aus dem Staub, also nimmt, glaube ich, den Pivot, wir werden das später sehen in einem anderen Bild, und macht sich aus dem Staub und geht Infanterie jagen und legt sich nicht mit dem Sherman an, weil der Puma ist ausgerichtet auf den Sherman, und der Puma advanced hier raus, ähm, und ich dachte, ich hätte ihn, den Sherman gut versteckt, aber wie ihr sehen könnt, der Puma sieht hier vorne ein Stück von meinem Sherman und schießt auf den, und hier schießt der Puma, trifft auf die 5, und ich glaube, wir werden es gleich sehen, okay, ich bin mir nicht sicher, ob er trifft, aber wir werden noch sehen, auf jeden Fall schießt er drauf, ähm, grenadiere mit einem Pin, advancen, genau, wir sind auf der rechten Flanke, also praktisch nicht in der Mitte, nicht auf der linken Flanke, auf der rechten Flanke, äh, advancen die Grenadiere, mit die, ähm, Pins bekommen hatten, und, ähm, schießen auf meinen Medium-Mörser, ich kriege einen Pin und verliere einen Mann, warte kurz, das ist kein Medium-Mörser, das ist ein leichter Mörser, genau, der hat einen Zoll, ähm, und als Gegenzug renne ich mit denen, ich glaube, ich advancee mit denen, ja, ich glaube, ich advancee, und schieße mit meinen BRS auf diese Jungs hier drauf, so denke ich mal, ähm, in der Mitte hat der Sniper einen Mann verloren, bleibt aber stehen, und hier ist das Gold, und hier ist das Missionsziel, und wir haben natürlich beschlossen, dass, auch wenn jetzt hier keine Türen sind, hier oben sind Fenster, das heißt, er kann hier rein advanceen, muss man aber gleich gucken, auf jeden Fall, der Sniper schießt, ähm, und die Jungs advanceen praktisch, wir haben hier, ähm, das Haus einfach weggenommen, aber hier stehen sozusagen noch alle Stockwerke und auch die Türen, aber einfach zur besseren Sichtbarkeit, die Jungs gehen rein, und auf eine 4+, kann man das Gold aufheben, und ich glaube, die schaffen es auch gleich und haben es, ähm, daraufhin advancee ich meinen zweiten Trupp, ich habe drei von den Trupps dabei und schieße auf seine, ähm, Grenadiere im Haus, die kriegen natürlich Hardcover, aber ich glaube, ich tue ein paar Pins auf die, ähm, von der Mitte vom Board tue ich auch auf die Mitte, glaube ich, das Gebäude schießen, wo jetzt alle rein sind, und, ähm, wie ihr sehen könnt, die haben einen Pin, ich glaube, die haben jetzt noch keinen Mann verloren, aber die können nicht down gehen, die nehmen auch auf Hardcover, aber ich tue die auf jeden Fall jetzt so in Beschlag nehmen, ähm, hier ist dann die linke Flanke, was passiert hier, ähm, ja, auf jeden Fall, hier steht mein Jeep, genau, hier oben sehen wir es, die Stuck hat sich einfach wegbewegt, ich glaube, die hat sich so weit wegbewegt, dass ich hier an diesem Haus nicht mehr vorbeischauen kann, ähm, und er konnte aber nur ein Pivot machen, das heißt, er konnte nur einmal drehen und wegfahren, hätte nach vorne, also er hätte sozusagen nur vorwärts oder rüberfahren können, oder Pivot und woanders hin, und er fährt dann praktisch dahin und wird sich ausrichten gegenüber meinen Männchen da, an der Stelle, ähm, hier könnt ihr nochmal ungefähr die Mitte des Bordes sehen, und, genau, meine Sniper schießen, glaube ich, auf sein MMG-Team, das praktisch hier hinten an der linken Flanke steht, ich bin mir sicher, ich treffe nicht, manchmal passiert das, in der Mitte rennen die Jungs und schießen auf das mittlere Gebäude, ich nehme jetzt sozusagen auch alles, ähm, die hier stark unter Feuer, ich glaube, die verlieren hier ein Männchen, kriegen nochmal ein Pin, ähm, die sind jetzt so ein bisschen in the line of fire, ähm, hier lag mein MMG-Team und wollte diese Flanke abdecken, und mit denen stelle ich mich jetzt sozusagen vor den Mörser, gibt dem Mörser leichtes Cover, richte die nochmal aus, kann in diesem Turn nicht schießen, aber die haben jetzt praktisch die Jungs, die auf der rechten Flanke schießen, könnten die den einheizen, wie ihr hier sehen könnt, es kommt drauf an, wer den ersten Dice hat, aber ich nehme, oder ich sag mir, wenn die advancen und schießen, werde ich mit denen down gehen, wenn ich den ersten Dice habe oder früher, vorher die Dices, dann werde ich die hier so ein bisschen, ähm, pinnen und vielleicht den einen oder anderen wegnehmen, aber, ja, so ist der Plan, ähm, in der Mitte vom Board, hier stehen sozusagen Marius Offiziere, die zwei Jungs, und, ähm, die können gerade keine Units buffen und hatten hier das Missionsziel gehalten, aber die entschließen sich jetzt, in dieses Haus reinzugehen, weil da das Gold rein ist und die versuchen rein, das Gold aufzuheben und damit abzuhauen. Auf dieser Seite steigen dann meine Bazooka-Jungs einfach aus und feiern, glaube ich, auf den Puma. Allerdings treffen die jetzt nur auf eine 5+, und treffen, glaube ich, nicht. Auf der linken Flanke kommen die Grenadiere oder, beziehungsweise, ich glaube, die Fallschirmjäger oder Veteranen mit Assault Rifles einfach hier entlang gerannt und wollen auf dieser Flanke ein bisschen Druck ausüben. Hier steht allerdings nur mein Sniper, hier steht ein Offizier und hier steht der Sherman und meine Veteranen. Das heißt, da geht nicht so viel, aber irgendwo muss er ja mit denen hinrennen und er kann auch hier Druck ausüben. Hier ist sozusagen mein Bazooka-Team und ist Jeep. Und vielleicht kann er mit denen auch da rein, aber gegen den Sherman kann er, glaube ich, nichts ausrichten, weil die keine Panzerfaust dabei haben. Ich bewege mich mit den Jungs hier hin und hätte ich eigentlich sehen müssen, dass es keine 12 Zoll sind. Und ich hätte vielleicht auch rennen können, aber ich advancee und probiere zu schießen. Aber es sind natürlich keine 12 Zoll. Also da fehlt noch das Augenmaß. Vielleicht wäre ein Run besser gewesen, aber ich wollte jetzt auch nicht einfach dumm hinstellen. Und ungefähr mehr als 50% sind in Hardcover. Wir gehen in die Runde 3. Und Folgendes passiert. Der erste Dice kommt raus, der Puma ist stehen geblieben und auf dem Fire oder Ambush kriegt er plus 1, also kriegt sozusagen Heavy, kriegt er plus 1, wenn er auf andere Fahrzeuge schießt. Und er schießt auf meinen Sherman, wir sind Hunde 3, und trifft den Sherman. Und ich glaube, er trifft die Kette, zum Glück. Und ich kriege 2 Pins. Das heißt, der Sherman ist immobilisiert. Ich kann ihn nicht mehr bewegen, was eigentlich gar nicht gut ist. Weil ich ein bisschen, ich stehe in guter Deckung, aber ich habe ein begrenztes Sichtfeld. Auf dieser Seite nehme ich dann meinen ersten Dice und mache tatsächlich, was ich letzte Runde gesagt habe, ich heize den Truppen hier ein. Und ich glaube, ich nehme eine Wunde und ich verpasse denen nochmal Pins. Das heißt, bei denen wird es jetzt natürlich schlechter mit jedem Pin. Also die müssen dann irgendwann Rallye machen oder so. Hier überlegen wir, was wir mit den Truppen machen. Aber ich glaube, die machen Folgendes. Die können in das Gebäude reinsehen. Hier stehen sie und überlegen, hier praktisch durch die Fenster rein und dann hier durchzuschießen. Also Advanced rein und dann Schuss auf meine Besucher-Team. So ist der Plan. Und ich glaube, so macht das auch Advanced rein und hat dann 4 Schuss auf die Jungs. Ich weiß nicht, ob er noch irgendwie sowas bekommt, wie nennt man das, die 2 Plus auf Point Blank. Müsste mal gucken, aber ich glaube, er ist nicht genau in Point Blank. Und er trifft auf jeden Fall ganz, ganz viele Schlüsse und ich tanke alle mit Hardcover auf die 4 Plus. Das heißt, das Besucher-Team hat schon gefeiert oder feuert nochmal. Feiert, glaube ich, nochmal auf den Puma oder hat schon und trifft auf jeden Fall wieder nichts. Die Jungs feuern einfach nur. Ich nehme sozusagen das Gebäude in der Mitte unter Beschuss. Der Sniper lebt noch. Die kriegen, glaube ich, noch einen Pin, aber die verlieren auf jeden Fall Männchen. Der Sherman feuert. Ich glaube, ich feuere in die Mitte oder ich feuere auf den Puma. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich fange jetzt an, hier Dial-In zu machen. Ich glaube, mit dem MMG hole ich den Sniper hier weg. Oder mit dem Geschütz. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hier fange ich an, mit dem Mörser reinzuteilen. Und hier an der Seite wird gerannt und advanced. Ich versuche jetzt sozusagen, ich bin stärker auf der rechten Flanke. Und hier dialen sich jetzt zwei Morte ein. Einmal mein Medium Mörser und einmal mein leichter Mörser. Und wie ihr sehen könnt, es werden immer weniger Männchen in der Mitte. Runde 4. Runde 4. Beide Mörser dialt in auf die 5. Die Jungs haben, glaube ich, zwei Pins und sind nur noch vier Jungs. Am Nebentisch spielt Alex mit seinen Russen. Den haben wir im Game davor gesehen. Und im Game danach werden wir den sehen. Oder in zwei Games danach. Gegen Jack, der ihn einlernt. Und die spielen Enemy at the Gates, mehr oder weniger. Genau. Und hier geht die Action wieder weiter. Ich feuere auf jeden Fall mit meinem MMG-Team. Ich bin mir nicht genau sicher, wohin. In die Mitte, glaube ich. Ah, ne. Ich bin praktisch in der Nähe, wo der Sherman steht. Hatte ich noch ein MMG-Team. Und ich bin mit denen in der Runde davor, glaube ich, gerannt oder advanced und habe es ausgerichtet. Und jetzt habe ich, hier ist praktisch das Haus mit dem Rocket Launcher-Team. Genau hier. Und jetzt habe ich die perfekte Schusslinie auf die Veteranen und ich feuere. Und ich glaube, ich gebe denen ein paar Pins. Und er geht down, damit seine Veteranen nicht sterben. Im Haus haben die Jungs, überlegen die, was die machen. Aber ich glaube, die packen sich das Gold auf die 4+, schaffen es und hauen dann ab. So ist, glaube ich, der Plan. Beziehungsweise er stellt sie dann, glaube ich, anders hin. Er stellt sie aufs Missionsziel, weil jetzt halt er das Missionsziel und das Gold. In der Mitte und auf der rechten Flanke stürme ich praktisch mit den Jungs nach vorne und schieße, glaube ich, aufs Haus. Ich will langsam, dass die Truppen hier und die Truppen hier auf der Seite kaputt gehen. Und seine Infanterie ist auch unter starkem Beschuss. Aber er dialt auch hierin auf die 5+. 5+, also er schießt mit seinem schweren Mörser. Und wenn er getroffen hätte, dann wäre ich echt im Arsch gewesen, weil ich advanced bin. Wir gehen in die 5. Runde. Und in der 5. Runde passiert folgendes. Ich renne, glaube ich, in dieses Haus und auf die 4+, oder ich advance rein, schnappe ich mir das Gold. Das Gold gehört mir und ich stehe hier mit 3 Zoll am Missionsziel. Das heißt, die linke Flanke gehört mir mit 2 Punkten. Und in der Mitte mache ich folgendes. Das ist vielleicht nicht ganz intelligent. Ich hätte reinchargen können, aber dann hätte er zuerst gekämpft und dann erst meine. Wäre vielleicht trotzdem noch besser gewesen als das, was ich jetzt mache. Aber ich tue das jetzt, sage ich mal, safe spielen. Und ich advance hier einfach und schieße hier rein. Allerdings kriegt er Hardcover, weil ich hier sozusagen durch Türen und Fenster schieße. Insofern war es nicht so intelligent. Folgendes, er macht dann eher advanced mit seiner Stuck und auf die 5+, trifft er. Und er trifft und er legt eine HE3-Schablon hier drunter und erwischt alle. Ich weiß nicht, ob wir es richtig gemacht haben, aber ich glaube, er erwischt alle. Und HE3 macht Pen-3 und die sind regulär. Das heißt, auf die 1 geht nicht, aber auf die 2 plus sterben dann alle und er rollt und alle gehen einfach drauf. An der Stelle habe ich das nicht sehr intelligent gemacht. Hätte man besser machen können, aber ich verliere einen ganzen Squad gegen die Stuben. Und ich renne. Wie ihr sehen könnt, ich habe nur noch drei von meinen Veteranen, die von der linken Flanke gekommen sind. Die rennen hier ins Gebäude und bleiben hier einfach stehen. Ich bleibe einfach mit denen hier stehen, weil ich weiß, wenn er reinrennt oder mich chargt, kämpfe ich zuerst mit 3 Tough Fightern gegen 2 Tough Fightern. Und deswegen warte ich hier und warte den nächsten Turn-Up. Wie gesagt, hier nochmal mein Bazooka-Mann. Der wird die ganze Zeit versucht zu schießen. Hier, glaube ich, feiere ich nochmal auf seine Jungs da hinten. Und die haben jetzt mittlerweile vier Pins. Und so ist die Perspektive von oben sein Heavy-Merser. Ich glaube, ich habe seinen Spotter irgendwann gekillt mit dem Sniper. Deswegen musste er eine Runde einfach nur sein Heavy-Merser bewegen. Und ich renne hier mit dem Jeep nach vorne. Ich weiß gar nicht, warum. Ob das Sinn macht. Aber so sieht es momentan aus. Und wie ihr seht, auf dieser Seite habe ich sozusagen alles gehalten. Ich weiß nicht, was mit seinem Team hier hinten passiert ist. Ich glaube, ich habe die gepinnt und dann sind die geflohen oder ich habe die zerstört. In der Mitte sieht es dünn aus. Ich bin dialed in auf eine 2 und dialed in auf eine 5. Der Jeep wird, glaube ich, erwischt vom Puma. Ich glaube, ich wollte einfach das Missionsziel jetzt dann stürmen oder demnächst stürmen. Und die Jungs haben hier vier Pins. Und die Jungs haben ein paar Pins. Und er will sich mit denen bewegen. Oder ich weiß nicht, er versucht, glaube ich, zu rallyen. Und würfelt eine Doppel-6. Das heißt Fubar. Und er erschießt dann seine zwei Offiziere. Genau, wir sind jetzt in Turn 6. Letzter Turn. Ich feuere mit meinem Besucherteam. Ich weiß nicht auf wen. Wahrscheinlich auf die Stuck. Und treffe wieder nichts. Die Jungs sind ausgedünnt. Feuern aber auf die Mitte. Die hier feuern, glaube ich, auf die Mitte. Und hier sieht es ganz schlecht aus. Nur noch zwei Jungs leben. Und ich bin mit dem einen Mörser-Teil auf die 5. Und mit dem anderen bin ich schon eingeschossen auf die 2. Wie ihr sehen könnt, die sind schon down. Ich glaube, ich halte die ausgerichtet in die Richtung. Die richten jetzt aus in die Richtung. Und schießen auf das mittlere Gebäude mit minus 1 auf die 5. Und jetzt sieht es schlecht aus für die Jungs hier. Und ich würde sagen, was passiert? Genau. Ich glaube, einer bleibt übrig. Er hat, glaube ich, 8 Pins und Moral 9. Ich glaube, das kann man gar nicht schaffen. Das heißt, der rennt weg. Und mit ihm ist sozusagen dann auch das Gold wieder gedroppt. Und das Missionsziel des Heldes momentan gar niemand. Und meine Jungs machen eine Run-Bewegung nach draußen und sind jetzt in Nahkampf verwickelt. Müsste mal schauen, ob man dafür Befestigte, ob man dafür irgendwas Befestigtes bekommt. Aber ich glaube, er hat eine Wunde und ich habe eine Wunde. Und deswegen geht es dann weiter in die 2. Runde Nahkampf. Und dann geht es dann so aus. Und ich halte momentan jetzt das Missionsziel und könnte das Gold aufheben. In der Mitte ist, glaube ich, ein Platoon Leader einfach dahin gerannt. Und ich bin mir sicher, ich bin hier auf 3 Zoll und ich hebe das Gold auf. Hier machen die Jungs, die 4 Pins hatten, einen Run-Order. Und ich bin mir nicht sicher, wie sie es schaffen. Aber die schaffen es, glaube ich, irgendwie mit einer 3 einfach nur hier hinzurennen und contesten jetzt dieses Objective und eventuell auch das Gold. Und mein Mann, Merzow, feuert. Und ist jetzt eingeschossen hier auf die 2. Mein Gott, ich habe richtig Dusel. Ich glaube, ich schieße hier, würfel eine 6 und treffe die Jungs. Bin automatisch auf die eingeschossen. Ja, ziemlich traumatisch an der Stelle. Was wird passieren? Hier könnt ihr jetzt sehen, das ist jetzt die komplette rechte Flanke. Auch hier bin ich eingeschossen. Ich glaube, der Heavy-Morzer zielt auf dieses Team. Aber ich bin mit denen einfach down und versuche, das Missionsziel zu halten. Und das Gold. Hier wird wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Und so sieht es momentan aus. Ich glaube, ich bin hier innerhalb von 3 Zoll. Das heißt, ich halte ein Missionsziel. Habe hier noch einen zweiten Punkt. Dritten Punkt. Vierten Punkt. Und hier ist 5 und 6. Aber ich bin auch ziemlich ausgedünnt. Der Sherman kann sich ja nicht bewegen. Und was passiert hier? Ich glaube, die... Ich weiß nicht, was den hier wegkriegt. Aber irgendwas killt den noch. Ich glaube, sein MMG-Team hat sich irgendwie hier so ausgerichtet. Und die Jungs scheinen 6 Pins zu haben. Und ich glaube, dann ist das Spiel zu Ende. Ist es so? Und ja, genau. Also, ich habe dann 4 zu 2 gewonnen. Und Kelly's Heroes haben dann sozusagen das Gold ergattert. Und posen hier mit dem Gold, während sich die deutschen Truppen, die restlichen, zurückziehen. Und die funken hier jetzt noch ihre Freunde und werden sich dann aus dem Staub machen mit dem Nazi-Gold. Also, bis zum nächsten Bad Report. Und viel Spaß beim Bold Action Spielen. See ya.